Schlagen Sie sich auf die Finger, wenn Sie Nägel einschlagen? Wir haben jetzt die Lösung. Alle Ihre Nägel werden perfekt sitzen. Schmerzen Ihre Hände, wenn Sie einen manuellen Hefter benutzen? Damit ist jetzt Schluss, denn wir haben die perfekte Maschine, die Ihnen die Arbeit abnimmt. Wenn Sie ein Möbelstück reparieren möchten, zerstören Sie es? Jetzt gibt es eine Lösung, damit alle Ihre Reparaturen Erfolg haben. Wir präsentieren den Cannonbolt, der gleichzeitig als leistungsfähige Nagelmaschine und praktischer Tacker dient. Ein effizientes Werkzeug. Sie können den Cannonbolt zum Nageln oder Anheften verwenden, je nach Bedarf. In Ihrer Wohnung oder draußen. Vergessen Sie diese alten manuellen Werkzeuge. Cannonbolt ist die Lösung. Bei diesem Vergleich sehen wir, wie viel einfacher es ist, mit Cannonbolt zu arbeiten. Schauen Sie, wie schwierig es ist, die Latte festzuhalten und zu nageln, ohne sich dabei auf den Finger zu schlagen. Cannonbolt hingegen ist viel schneller und einfacher. Der Mann links ist entnervt, denn die Nägel verbiegen sich und hinterlassen Kerben. Auf der Seite von Cannonbolt ist die Arbeit bereits beendet und das Ergebnis ist professionell. Mit Cannonbolt sind Ihrer Kreativität keine Grenzen gesetzt. Jetzt ist es ganz einfach, eine Hütte für Ihren Hund zu bauen. Sie werden vom Ergebnis überrascht sein. Die Klammern gegen Nägel auszutauschen ist ganz einfach. Das Magazin unten öffnen, die Klammern herausnehmen, Nägel einsetzen und schließen. Das ist alles fertig für den Einsatz. Cannonbolt ist auch ein ideales Werkzeug zum Nageln. Mit ihm können Sie einfach und schnell diese dekorativen Bretter an die Wand Ihres Zimmers nageln. Geben Sie den Wänden Ihrer Wohnung einen persönlichen Touch, ohne dafür viel Geld auszugeben. Ob Holz, Aluminium, Holster, Gummi, Kunststofflaminat, Teppichboden, Kunststoff, Nylon. Er wird mit allem fertig. Schauen Sie, wie stark der Cannonbolt ist. Sie können sogar diesen Stoff auf einen Hohlblockstein heften und ihn damit anheben. Einfach unglaublich. Cannonbolt ist eine moderne Hightech-Kombination aus Nagelmaschine und Tacker. Ausgelegt für das Nageln und Heften auf jede Art von Material. Manuelle Hefter schaffen keine harten Materialien. Mit dem Cannonbolt werden Sie doch sehen, wie schnell und einfach man diesen Stuhl polstern kann. Ihre Kinder werden begeistert sein. Aber nicht nur für zu Hause. Cannonbolt wird für Sie auch bei der Arbeit unentbehrlich sein. Sie werden zum professionellen Schreiner und mit Cannonbolt werden Sie alle möglichen Möbel reparieren, die sonst im Müllcontainer gelandet wären. Cannonbolt ist schnell und sicher. Sie brauchen sich keine Sorgen mehr zu machen, ob die Klammern richtig und die Nägel gerade sitzen. Cannonbolt ist das Werkzeug, das Ihnen viel Zeit und Arbeit erspart und immer professionelle Ergebnisse bringt. Sie werden zu einem Heimwerker-Experten und werden nie wieder gebrauchte Möbel wegwerfen. Erneuern Sie Ihr Mobiliar mit Cannonbolt. Sind Ihre Möbel alt und abgenutzt? Neue Möbel können viel Geld kosten. Mit Cannonbolt werden Sie wie neu ohne ein Vermögen auszugeben. Cannonbolt ist die definitive Lösung. Es ist unglaublich. Cannonbolt ist das gerundlegende Werkzeug für alle Ihre Reparaturen zu Hause. Nutzen Sie dieses außergewöhnliche Angebot und Sie erhalten als Geschenk 100 Nägel und 400 spezielle Klammern für Ihre Heimwerkearbeiten drinnen und draußen. Warten Sie nicht länger, greifen Sie jetzt zu und Sie erhalten den Cannonbolt mit 100 Nägeln und 400 Klammern. Dieses Angebot ist zu gut, um es nicht wahrzunehmen. Sie werden es nicht bereuen.